Also, GOV und Bilanz habe ich geprüft. Aber von den Zahlen weg und den Kennziffern habe ich mir aber mehr erhofft. Sie müssen das gut auch rumreißen, sonst zerstören Sie unser Lebenswerk. Stimmen Sie bitte sorgfältig Ihre Entscheidungen auf die Unternehmensstrategie ab. Die haben doch so einen guten Eindruck gemacht. Gehen Sie systematisch an die Sache ran. Sie haben doch studiert, nutzen Sie Ihr Wissen und lernen Sie verdammt nochmal aus Ihren Fehlern. Packen Sie das jetzt vernünftig an! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!